scheint fast so ja vorwärts gehen wir mal helfen bloß der gore hat gerade irgendwie gezaubert sie haben es auf uns abgesehen schlag sie zurück hierin schütze uns halte durch männer folgt mir schnell schließt hier ein schütze uns bleibt standhaft sie sind überall schließt hier ein so dem gore geht's wieder gut haltet durch meinen befehl feindlicher angriff sofort der meister das hält was aus auf mein zeichen sofort wir gehen weiter zum angriff ja jetzt müssen wir erstmal unsere gesamte armee hier durch kriegen achtung meine güte okay nur ein der wisch das andere der rest sind kämpfer hauptsächlich ja schnell für die freiheit okay angriff ist die beste verteidigt euch haltet durch männer eigentliche angriff zurück mit euch feindliche verstärkt die deckung sicht schließt hier ein zeich zu sterben erwarte befehle aber ich habe einen platz kriegt verloren feindkontakt verteidigt euch aber hey uns ramee ist durch zeit zu sterben feindkontakt zurück mit euch gebt das sei standhaft aber ich fand ihr paladine das ist auch mal auch nicht gut vorsicht sie sind hier aber auch schon die kleriker verloren die kleriker nach maladine jawohl zeit zu sterben verstärkt die verteidigung hier folgt mir schnell zu befehl okay ja das war ein böser angriff so noch mehr zeug ich kann auch gleich was wünscht die rune wird sofort ausgeführt sie schlagen zu ja vorwärts schlag sie zurück schließt die reihen sie schlagen zu mal gucken was es hier noch gibt naja das gebiet mit der cutscene das gibt es ja da oben noch das ist hier sie schlagen zu ach hier ist noch eine truhe die die ich eigentlich schon in feindkontakt greif auf winter benutzen wollte auf meinem befehl aber ich konnte weil die schwere kriegskloss nicht auf alt verstärkt die verteidigung 80 brauche ich fürs nächste ok verstärkt die verteidigung sie schlagen zu warte ist die besser sind auf feinde gestoßen ok besseres schild habe ich leider gerade keins kann aber den schlachtenhelm tragen und den da statt dem da Gott sehe ich jetzt komplett anders aus auf dem weg einsatz gebiet sichern bleibt standhaft vorsicht sie sind hier sie sind überall feindkontakt einsatzbereit ich merke meine paladine nehmen immer mehr ab dann werden wir mal neue paladine aus zu befehl unverzüglich die rune befiehlt zu befehl verstärkt die verteidigung halte durch männer schlagt sie zurück verstärkt die verteidigung sie sind überall letzte pracht sie schlagen zu schlagt sie zurück feindlicher angriff stehe bereit bereit verstärkt die deckung mir nach vorsicht sie sind hier auf meinem befehl schnell oh der hat schön viele sachen dabei erwarte euer kommando erwarte befehl verstanden jetzt müssen wir nur noch die türme da unten platt machen da ist noch eine truhe ja wir könnten theoretisch das da oben stehen lassen aber nö alles platt machen sind auf feinde gestoßen ach noch ein sophia und anderes schönes zeug sie schlagen zu und ja da ist die große belohnungstour die immer so schön leuchtet schlagt sie verstärkt die verteidigung sie sind überall also die glückwunschloss das gebiet abgeschlossene truhe gib das zeichen bin unterwegs schlagt sie schlagt sie schlagt sie schlagt sie vorsicht sie sind hier die rune befiehlt unverzüglich feindkontakt sind auf feinde gestoßen der greif wartet schon sind bereits in der luft auf mein kommando und los verstärkt die verteidigung ich werde wahrscheinlich beim nächsten level ab erstmal fünf punkte in weisheit stecken charisma bräuchte sind auf feinde gestoßen und dann kann ich nämlich vielleicht die bei stufe 10 mit feindkontakt weismagie erreichen schnell also mit heilmagie und los auf mein kommando vorwärts 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 das war das also hier sind nur hänge wo es eigentlich nichts geben sollte die dämonen haben wir erstmal in ruhe gelassen erwarte euer kommando weil wir eh noch mal hier hochkommen müssen tja und das ganze dieses mal ohne urias so was haben wir hier drin dann noch stahlstiefel ok billige magieart katzenbeininge und uhrholz brokathrube zauberzone der rang ok haben wir jetzt ein paar zauber hier ja ja oh fernkampfstufe 11 hast du das heißt du könntest eigentlich den bogen benutzen den adelsbogen 14 bis 20 da ist der aber mit gift immer noch besser leider gut dann gucken wir mal was passiert wenn wir neues portal nach empyria wollen ob wir da auch eine cutscene kriegen ja beeilt euch waldwächter wir gehen so schnell wir können böser runenträger wird nicht entkommen er hat die schattenklinge wenn er unsere herren erreicht ist es um sie geschehen ganz recht kleine frau und ich werde dafür sorgen dass er das auch tut was bedeutet dass keiner von euch ihn erreichen darf schätze es ist an der zeit etwas unkau zu jäden wir gehen elen steh uns bei aah 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 wir haben den letzten Zirkel, Bruder, gefunden. Ihr müsst zum Tempel zurückkehren. Sehr gut. Bald sind wir wieder vereint. Dann brauchen wir den Kaiser nicht mehr und auch nicht diesen erbärmlichen Runenkrieger. Ja, okay. Es war doch anders. Dieses Mal wollte uns seine Lymphe abhalten, um die Triade zu erreichen. Das hat Mokan oder demaskierte jetzt vereitelt.